Und mitschreibt, der kann seine nicht gewollten Partner, seine Oma, Opa, hier nicht leiden, mit diesem Eifertrezept umbringen. Das folgende Lied heißt Die Zwei Köche und erzählt euch, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du spielst, danke, und erzählt euch eine lustige Geschichte, wie man eine nicht geliebte Person, also quasi eine verhasste Person, umbringen kann. Ja, hauptsächlich auch, der übrigens Pharao heißt. Ja, ist Pharao. Wer fängt an? Ja, auf geht's. Reicht? Ja. In den Kessel mit Stichnie, kommen wir erst Terpentin, darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Ein, zwei Tropfen Jauch im Saft, Blut von Fliegen massenhaft, ein behaartes Spinnenwein. Und dann kommt da Soße rein. Nein. Ich hab verkackt, das Volk macht, oh. Mit etwas mehr Begeisterung. Das Volk sind immer mehr als drei Leute hier. Und Hingabe. Das Volk macht, oh. 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 Besser. Seen am Kochen ist, kommt dazu die Pferde mit. Dann zwei Messerspitzen nicht, abgeschafft im Fensterkritt. Dazu passt besonders gut, fein gequirltes Köhlenblut. Ein Geschwung der Hexenhals und dazu noch etwas Salz. Nein. Nein. Richtig. Nein ist richtig. Jetzt nochmal alle. Nein. Nein. Oh. Oh. Beides. Nein. Oh. Auf drei. Eins, zwei, drei. Nein. Oh. 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 Fitriol! Nö! Nee, 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 Fitriol ist richtig! Ja? Wo? Wo? Ah! Und ja! Und ja! Auf drei! Eins, zwei, drei! Ah! Und ja! Das wärme noch etwas schwach, aber... Immerhin! Immerhin! Warte mal! Ja? Ah, der weiß! Ah! Okay! Fortales Bügen während dem Lied einspielt! Das hat keiner gemerkt! Weiter geht's! Juhu! Das ist ein Applaus wert! Diese Parametersehn Kommt den König bis zu stehn Der liegt morgen im Grabe drin Und ist dann für immerhin Der König! Oder die Oma, Oma, Partner, Kamerad, Kistner, Lied aus!